Ja, liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, ich melde mich heute am Tag vor dem 1. Mai noch einmal aus dem Lagezentrum, wo der Krisenstart des Landkreises St. Wendel nunmehr seit vielen Wochen tagt, um mit der Corona-Krise und ihren Auswirkungen hier bei uns im Landkreis St. Wendel umzugehen. Wir erleben im Moment seit einiger Zeit eine eher entspannte, eine stabile, eine ruhige Lage. Wir haben nun schon seit einigen Tagen keine neuen nachgewiesenen infizierten Fälle. Die Zahl der Infizierten beläuft sich seit nunmehr fünf Tagen auf 160, ist auch in den letzten 14 Tagen nur um fünf gestiegen. Und von diesen 160 gelten 123 bereits wieder als genesen, sodass wir im Moment 27 plus Kontaktpersonen insgesamt 35 Menschen noch in Quarantäne haben. Das ist eine gering gewordene Zahl, die auch dazu führt, dass unsere Kontaktverfolgungsmitarbeiter im Moment eher eine ruhige Situation haben. Aber es ist natürlich auch eine trügerische Ruhe, denn es kann jederzeit auch noch mal mehr werden. Und deswegen fahren wir ein Stück weit hier am Lagezentrum auf Stand-by und sind jederzeit in der Lage, auch die Kapazitäten noch einmal hochzufahren. Das gilt auch für unser Abstrich-Team, bei dem wir in der nächsten Woche im Übrigen durch die Bundeswehr unterstützt werden. Es werden sieben Soldaten der Bundeswehr zu uns stoßen, die dann die Ehrenamtlichen, die in den ganzen Wochen tätig waren, um Abstriche auch für das Gesundheitsamt zu leisten, dann auch abzulösen. Dafür ein herzliches Dankeschön an die Bundeswehr, mit der wir hier auch im Stab sehr gut und sehr intensiv zusammenarbeiten. Und der Stab ist wirklich ein Team geworden, das sehr effektiv vernetzt zusammenarbeitet. Ich denke, das ist genauso vorbildlich wie die Arbeit, die unser Gesundheitsamt leistet, die das Gesundheitsamt verstärkt auch durch Mitarbeiter der Verwaltung leistet, in der Kontaktverfolgung, aber auch in der medizinischen Begleitung der derzeitigen Situation. Wir wissen nicht, wie die Situation sich in den nächsten Wochen entwickelt, insbesondere weil wir ja vor weiteren Lockerungen stehen. Wir werden sowohl auf Basis des Gerichtsurteils dieser Woche, als auch auf Basis der neuen Rechtsverordnung, die die Landesregierung nach der heutigen Schalte zwischen den Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin veröffentlichen wird, werden wir weitere Lockerungen der Beschränkungen erleben. Es wird eine Umstellung der Gestalt geben, dass grundsätzlich alles erlaubt ist, es sei denn, es wird ausdrücklich durch die Verordnung verboten. Das heißt, und das finde ich auch gut und richtig, dass sich auch Familien nochmal sehen können, dass man im begrenzten Kreis Bekannte treffen darf, dass man nicht mehr einen triftigen Grund braucht, um vor die Tür zu gehen. Und ich glaube, der jetzigen eher entspannten Situation ist es gut, dass man den Menschen, die sehr diszipliniert in den letzten Wochen die Beschränkungen eingehalten haben, auch nochmal mehr Freiheiten einräumt. Denn es ist letztlich auch die Abwägung der Güter und darauf hat auch das Gericht hingewiesen, die Einschränkung der Freiheit auf der einen Seite abzuwägen, gegen den Schutz der Unversehrtheit und der Gesundheit auf der anderen Seite. Ich glaube, dass unsere Landesregierung sehr verantwortungsvoll in den letzten Wochen agiert hat. Es ist natürlich eine schwierige Abwägung. Und deswegen ist auch das Urteil des Gerichts absolut zu respektieren und zu akzeptieren und auch umzusetzen. Dennoch kann man natürlich auch politisch eine andere Meinung haben. Und deswegen habe ich kein Verständnis dafür, wie eine saarländische Tageszeitung mit vielen kleinen Buchstaben im Moment agiert und wie sie dem Ministerpräsidenten eine Watschen erteilt durch eine Fotomontage. Ich denke, dass der Ministerpräsident, dass die Landesregierung insgesamt sehr verantwortungsvoll handelt, dass sie die Gesundheit der Menschen als oberstes Gebot sieht, dass sie auf Sicht fährt und sich natürlich darauf verlassen muss, was Mediziner sagen, was Wissenschaftler sagen. Und es ja keinem Spaß macht, die Freiheiten der Menschen einzuschränken. Und damit sollte man keine Montage betreiben und damit sollte man auch keinen auf diesem Niveau betriebenen Journalismus betreiben. Ich denke, das ist dieser Zeitung nicht würdig und sollte deswegen auch nicht zur Regel werden. Ich glaube, dass die Verordnung, die jetzt auf uns zukommt, dazu führt, dass wir natürlich weitere Lockerungen auch bei uns hier bekommen. Zum einen werden wir natürlich ab 4. Mai auch die Zufahrt und die Parkplätze am Bustersee nochmal öffnen. Ich hoffe auch, dass die Verordnung uns erlaubt, Freizeitaktivitäten am See nochmal zu ermöglichen. Ob das die Segler betrifft, die Angler, die Surfer oder auch die Tretbootfahrer, natürlich alles unter Wahrung der bestehenden Einschränkungen, unter der bestehenden Vorschriften, Abstand zu halten, in der Begegnung mit anderen auch Masken zu tragen, die Hygiene zu beachten. Und unter diesen Voraussetzungen wollen wir auch schrittweise unsere Touristinfo im Laufe der nächsten Woche auch nochmal öffnen. Ich hoffe, dass die Verordnung uns diese Möglichkeiten gibt und dass die Verordnung natürlich auch in anderen Bereichen der Freizeit und des Zusammenlebens weitere Lockerungen mit sich bringt. Welche Auswirkungen das auf das Infektionsgeschehen hat, das wird man dann beobachten müssen. Ich denke, wir können jetzt nicht die Leute weiter einsperren, damit ja kein neuer Fall entsteht, sondern wir müssen unter diesen Lockerungen die Entwicklung beobachten und wenn die Entwicklung der Infektion nochmal stärker zunimmt, auch nochmal reagieren. Aber jetzt, glaube ich, kann man schon verantworten, dass man den Menschen auch wieder mehr Freiheiten gibt. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere Verwaltung, wo wir beispielsweise die Zulassungsstelle auch nochmal erweitern, mehr Schalter öffnen nach telefonischer Anmeldung, nach Terminvergabe, damit auch hier die Wartezeiten enorm reduzieren im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Ja, wir wollen natürlich auch, und deswegen habe ich dieses Blatt in der Hand, das ich Ihnen zeigen will, für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch selbst nähen. Von Mitarbeitern für Mitarbeiter. Ich bin sehr froh und stolz, dass sich 17 Beschäftigte des Landkreises bereit erklärt haben, ab nächster Woche für uns selbst Masken zu nähen, denn diese Masken, die Stoffmasken, aber auch die Einwegmasken, werden uns länger begleiten. Und je mehr Lockerungen es gibt, desto notwendiger wird natürlich auch das Tragen dieser Masken im öffentlichen Bereich. Und wir werden für unsere eigenen Mitarbeiter und zum Schutz der eigenen Mitarbeiter diese Stoffmasken nähen, mit Aufdruck, aber auch ohne entsprechendes Logo. Und ich denke, das ist eine großartige Aktion, die unter Leitung von Ursula Weiland steht. Und ich danke jetzt schon allen Mitarbeitern, die sich bereit erklärt haben, hier mitzuwirken und hier mitzumachen. Ja, wir werden auch ab 4. Mai die Teilöffnung der Schulen noch einmal haben. Die Abschlussklassen werden in die Schulen gehen. Das heißt, wir haben auch die Voraussetzungen dafür geschaffen als Schulträger, dass das möglich wird. Wir haben den Hygieneplan des Landes umgesetzt, unser Schulverwaltungsamt, unser Gebäudemanagement, haben mit allen Schulen detailliert besprochen, was umzusetzen ist, von der Wegeführung bis zu den Möglichkeiten der Desinfektion und der Hygiene, bis hin zu der Pflicht, Masken zu tragen in den Pausen oder auch im ÖPNV. In den Bussen gilt auch wieder der Regelfahrplan, nicht mehr der Ferienfahrplan. Das heißt, auch dort wird es möglich sein, da alle Busse fahren, auch die Abstände einzuhalten, sodass ich davon ausgehe, dass die Schule auch ab Montag wieder ordnungsgemäß für die Abschlussklassen anlaufen kann. Und ich bitte auch jeden dafür zu sorgen und seinen Beitrag dazu zu leisten, dass die Schülerinnen und Schüler sich an die Vorgaben halten, denn nur dann wird es auch möglich sein, die Schulen offen zu halten. Und das gilt letztlich auch für die Betreuung, die wir in unseren Kindertagesstätten haben. Auch die wird ausgeweitet, die Notbetreuung wird ausgeweitet, weitere Gruppen kommen hinzu, deren Kinder betreut werden können. Und ich glaube, so gelingt es uns und so hoffe ich es, in den nächsten Tagen und in der nächsten Woche in ein Stück Normalität zurückkehren zu können. Immer unter Beachtung der Vorschriften, der Abstandsregel, der Hygiene, der Maske. Immer unter Beobachtung der Lage, der Kurve, der weiteren Entwicklung, um auch jederzeit noch mal gegebenenfalls etwas mehr zu beschränken, falls die Entwicklung dies erforderlich macht. Ich hoffe dies natürlich nicht, sondern ich hoffe, dass wir jetzt im Mai in den Folgemonaten auch wieder mehr Möglichkeiten haben, auch den Sommer zu genießen und zur Normalität ein Stück weit zurückzukehren. Der 1. Mai, morgen wird kein 1. Mai noch sein, wie wir ihn kennen. Die Maitouren werden anders ausfallen. Aufgrund dieser Abstandsregeln, Großveranstaltungen wird es aufgrund dieser Regeln auch so schnell nicht geben können. Und ich darf auch herzlich appellieren, die Maitouren morgen anders zu gestalten. Auch bitte nicht den Bostalsee anzulaufen, denn Massenveranstaltungen und größere Gruppen sind nicht erlaubt und die Polizei wird auch entsprechend kontrollieren. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir gut in den Mai kommen. Und so wie der Regen, der jetzt im Moment über unser Land geht, wichtig ist, notwendig ist nach Wochen der Trockenheit, so hoffe ich auch, dass die Lockerungen dazu führen, dass wir insgesamt auch noch mal ein Stück weit Normalität erleben. Und wenn wir uns alle an die Vorschriften halten, wenn wir alle diszipliniert bleiben, dann wird das auch weiter möglich sein und dann wird es weitere Öffnungen geben, die ich mir natürlich insbesondere auch für gastronomische und touristische Einrichtungen für weitere Betriebszweige wünsche. Und in diesem Sinne sage ich auch heute zu Ihnen, kommen Sie gut in den 1. Mai und bleiben Sie gesund.